Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren zivilprozessrechtlichen Video. Heute arbeiten wir uns im Schnelldurchlauf durch die verschiedenen Klagearten im Zivilprozess. Anders als im öffentlichen Recht müssen und sollen Sie bei der Zulässigkeitsprüfung im zivilprozessualen Erkenntnisverfahren nicht darauf eingehen, welche Klageart statthaft ist. Es gibt keine nicht statthafte Klageart. Es ist aber auch nicht falsch, im Prüfungspunkt ordnungsgemäße Klageerhebung beim Antrag kurz darauf einzugehen, um welchen Antrag und damit auch um welche Klageart es sich handelt. Anders ist es im Zwangsvollstreckungsverfahren. Dort müssen Sie thematisieren, welcher Rechtsbehelf statthaft ist. Im Erkenntnisverfahren unterscheidet man drei Klagearten. Leistungsklagen, Gestaltungsklagen und Feststellungsklagen. Wir beginnen mit der Leistungsklage. Die einfache Leistungsklage ist in den Paragrafen 253 fortfolgende nicht ausdrücklich kodifiziert. Trotzdem ist sie die mit Abstand häufigste Klageart. Mit der Leistungsklage begehrt der Kläger den Erlass eines Leistungsurteils, das einen staatlichen Leistungsbefehl enthält. Nur ein Leistungsurteil hat einen vollstreckungsfähigen Inhalt, kann also im Wege der Zwangsvollstreckung durchgesetzt werden. Die Leistungsklage ist also darauf gerichtet, dass der Gegner zu einem Tun, Dulden oder Unterlassen verurteilt wird. Mit ihr werden Ansprüche durchgesetzt, zum Beispiel auf Zahlung eines Geldbetrags, auf Vorausgabe einer Sache oder auf Unterlassung einer Handlung. Ebenso ist eine Klage auf Duldung der Zwangsvollstreckung eine Leistungsklage. Kennen Sie ein Beispiel für einen materiell rechtlichen Anspruch, der auf Duldung der Zwangsvollstreckung gerichtet ist? Das Beispiel, das Sie vermutlich kennen, ist Paragraf 1147 BGB, der Anspruch auf Duldung der Zwangsvollstreckung aus einer Hypothek. Klage abweisende Urteile, eine Entscheidung aufhebende Urteile, Feststellungsurteile und Gestaltungsurteile sind keine Leistungsurteile und nicht vollstreckungsfähig, wenn man von der Entscheidung über die Kosten absieht. Weiter machen wir mit der Gestaltungsklage. Im Unterschied zum Leistungsurteil ist ein Gestaltungsurteil auf eine unmittelbare Rechtsänderung gerichtet. Gestaltungsurteile müssen deshalb nicht vollstreckt werden. Sie sind immer dann erforderlich, wenn der Gesetzgeber für die Ausübung eines Gestaltungsrechts die Erklärung des Rechtsinhabers nicht genügen lässt, sondern zusätzlich ein Urteil verlangt. Gestaltungsklagen kommen insbesondere im Familienrecht und im Gesellschaftsrecht vor. Beispiele sind der Antrag auf Ehescheidung nach § 1564 BGB oder der Antrag auf Auflösung einer OHG nach § 133 Absatz 1 HGB. Im Rahmen von Gestaltungsklagen im Gesellschaftsrecht kann eine materiell rechtlich notwendige Streitgenossenschaft vorliegen. Dazu gibt es ein eigenes Video. Darüber hinaus gelten für die Gestaltungsklage aber keine besonderen Zulässigkeitsvoraussetzungen. Etwas länger beschäftigen wir uns jetzt wegen ihrer Prüfungsrelevanz mit der Feststellungsklage. Dazu lesen Sie bitte § 256 Absatz 1 ZPO. Mit der Feststellungsklage kann das Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechtsverhältnisses festgestellt werden. Möglich sind also positive und negative Feststellungsklagen. Ein Rechtsverhältnis im Sinne des § 256 Absatz 1 ZPO ist eine rechtliche Beziehung zwischen Personen oder zwischen einer Sache und einer Person, die sich durch die Anwendung von Rechtsnormen auf einen konkreten Sachverhält ergibt. Diese Definition ähnelt der Definition des Rechtsverhältnisses, die Sie aus dem Verwaltungsprozessrecht kennen. Ob sich das Rechtsverhältnis aus einem Vertrag oder einem Gesetz ergibt, ist nicht relevant. Wichtig ist, dass abstrakte Rechtsfragen nicht feststellungsfähig sind, weil sie sich auf keinen konkreten Sachverhalt beziehen. Gerichte sind nicht dazu da, Rechtsgutachten für die Parteien zu erstatten. Tatsachen kann man mit Ausnahme der Echtheit einer Urkunde, siehe § 256 Absatz 1 ZPO, ebenfalls nicht feststellen lassen. Dazu kommt nur das selbstständige Beweisverfahren nach § 485 ff. ZPO in Betracht. Nicht feststellungsfähig sind grundsätzlich auch vergangene und künftige Rechtsverhältnisse. Zulässig ist es aber eine Klage, die auf den Ersatz von allen zukünftigen Schäden gerichtet ist, die sich aus einem bereits eingetretenen, schadensbegründenden Ereignis ergeben. Wie sich aus dem Wortlaut des § 256 Absatz 1 ZPO ergibt, erfordert die Feststellungsklage ein rechtliches Interesse des Klägers. Dabei handelt es sich um eine besondere Sachurteilsvoraussetzung der Feststellungsklage. Fehlt das Feststellungsinteresse, ist eine Feststellungsklage unzulässig. Das rechtliche Interesse ist gegeben, wenn für die Rechtslage des Klägers gegenüber der Beklagten eine gegenwärtige Rechtsunsicherheit besteht, die durch die Feststellungsklage beseitigt werden kann. Die Unsicherheit kann sich insbesondere daraus ergeben, dass die Beklagte ein subjektives Recht, zum Beispiel das Eigentum, das Bestehen eines Mietverhältnisses oder einen Anspruch der Klägerin bestreitet. Bei einer negativen Feststellungsklage liegt ein Feststellungsinteresse typischerweise vor, wenn die Beklagte sich eines Rechts oder eines Anspruchs berühmt, das oder der ihr jedoch nicht zusteht. In seltenen Fällen kann nach der Rechtsprechung auch ein Interesse an der Feststellung eines Rechtsverhältnisses zwischen der Beklagten und einer anderen Person, einer Dritten, bestehen. Etwa wenn die Untermieterin feststellen lassen möchte, dass zwischen Eigentümerin und Mieterin ein Rechtsverhältnis besteht. Wenn die Klägerin ihr Recht auch mit einer Leistungsklage durchsetzen kann, fehlt das Feststellungsinteresse grundsätzlich. Das liegt daran, dass, wie bereits gesagt, nur Leistungsurteile vollstreckbar sind. Somit gewährt die Leistungsklage sozusagen mehr Rechtsschutz als die Feststellungsklage. Teilweise spricht man insoweit von der Subsidiarität der Feststellungsklage. Einen besonderen Fall der Feststellungsklage regelt § 256 Absatz 2 ZBO die sogenannte Zwischenfeststellungsklage. Bitte lesen Sie die Norm kurz durch. Eine Zwischenfeststellungsklage kann nur zeitgleich mit einer Hauptklage oder in einem bereits anhängigen Rechtsstreit erhoben werden. Auch die Beklagte kann eine Zwischenfeststellungswiederklage erheben. Eine Zwischenfeststellungsklage ist nur zulässig, wenn sie sich auf die Feststellung eines Rechtsverhältnisses bezieht, von dessen Bestehen oder Nichtbestehen die Entscheidung des Rechtsstreits abhängt. Man spricht von einem sogenannten vorgreiflichen Rechtsverhältnis. Ein besonderes Feststellungsinteresse ist darüber hinaus aber nicht erforderlich. Was ist wohl der Sinn einer solchen Zwischenfeststellungsklage? Ihr Zweck liegt in der materiellen Rechtskraft. Mit der Zwischenfeststellungsklage erreicht die Klägerin, dass auch die Feststellung des vorgreiflichen Rechtsverhältnisses in Rechtskraft erwächst und präjudizielle Wirkung entfaltet. Das ist sonst nicht der Fall. Warum das wichtig ist, zeigt folgendes Beispiel. Verliert A den Prozess, steht zwar rechtskräftig fest, dass kein Herausgabeanspruch bestand. Aber die Vorfrage, wie zum Beispiel das fehlende Eigentum des A, erwächst nicht in Rechtskraft. Diese Frage kann aber für spätere Streitigkeiten relevant sein. Im Prozess kann B deshalb Zwischenfeststellungswiederklage erheben, um feststellen zu lassen, dass A nicht Eigentümer der Sache war. Macht B das nicht, kann A, auch wenn er den Prozess verliert, zum Beispiel Ansprüche gegen B aus EBV geltend machen. Wenn aber rechtskräftig festgestellt wird, dass A nicht Eigentümer der Sache war, hindert die materielle Rechtskraft des Zwischenfeststellungsurteils weitere Klagen. Das A. Eine weitere besondere Feststellungsklage ist die sogenannte Musterfeststellungsklage, die in § 606 fortfolgende ZPO kodifiziert ist. Sie sollten wissen, dass es eine Musterfeststellungsklage gibt. Sie müssen hierzu aber keine Details kennen. Fassen wir noch einmal das Wichtigste zu den Klagearten zusammen. In der ZPO unterscheiden wir grundsätzlich zwischen Leistungsklagen, Gestaltungsklagen und Feststellungsklagen. Für die stadthafte Klageart gibt es aber keinen festen Prüfungspunkt bei der Zulässigkeit einer Klage. Nur Leistungsklagen führen zu einem vollstreckbaren Titel. Feststellungsurteile sind nicht vollstreckbar, außer es geht um die Kostenentscheidung. Gestaltungsurteile müssen außerhalb der Kosten ebenfalls nicht vollstreckt werden. Feststellungsklagen verlangen als zusätzliche Zulässigkeitsvoraussetzung ein besonderes rechtliches Interesse, das sogenannte Feststellungsinteresse. Erforderlich ist, dass für die Rechtslage des Klägers die Gefahr einer Rechtsunsicherheit besteht, die durch die Feststellungsklage beseitigt werden kann. Eine besondere Feststellungsklage ist die Zwischenfeststellungsklage. Das war unser Video zu den Klagearten. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Das war unser Video zu den Klagearten.